Servus Freunde und herzlich Willkommen zu Clash Royale. Ich bin euer MC Tiger und freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und meinen Kanal gefunden habt, Leute. Ja, so, heute findet eine große Truheneröffnung statt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann würde ich mal sagen, wir öffnen zuallererst die oben linke Gratistruhe auf. So, Gold, nicht schlecht, 52, Kobolde, nice und eine legendäre Karte, mein Gott, in so einer Truhe, Eismagier, das kann doch nicht wahr sein, wow. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, Leute, in so einer Truhe so eine legendäre Karte zu bekommen, nice, also ich finde es wirklich echt nice, wow. So, ja, gut, Leute, dann würde ich mal sagen, es geht weiter. So, ja, wir öffnen jetzt, ja, weiter die Gratistruhe oben links. So, einmal wieder, ähm, Goldminzen, plus 52, Juwelen, 102, also plus 2 und natürlich Skelette. Naja, die sind gerade nicht so wichtig. Ja, der, ja, naja, okay, gut, einmal. So, dann würde ich mal sagen, öffnen wir doch die Kronentruhe oben rechts. 329, Goldmünzen, nice, 2 Juwelen, nice, Obaren, nice, Skelette schon wieder, oh mein Gott, die sind echt scheiße. Also, Bomber und Mini-Pekka, nice, okay, weiter geht's. So, jetzt haben wir natürlich hier eine Riesentruhe und natürlich hier so eine, ähm, Goldtruhe. Ich habe hier jetzt 104, ähm, wie nennen sich diese Dinger? Juwelen, genau, ähm, 104 Juwelen am Start und ich würde mal sagen, ich öffne diese Riesentruhe jetzt mit 22 Juwelen auf. So, dann geht's mal los, hoffe auf gute Karten, nice, 1287 Goldmünzen, das freut mich. Und eine epische Karte, Spiegel, nice, wow, also damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Schön, das freut mich, weiter. Magier, wow, 18 Karten, ey, nice. Und Sperrkobolde, okay, 165, nice. Gut, also wir haben einmal Spiegel bekommen, nice, ich freue mich. So, jetzt haben wir hier 82 Juwelen noch am Start. Ich würde mal sagen, wir öffnen hier die Goldtruhe, öffnen und für 48 Juwelen ausgeben. Ausgeben, ja klar, los geht's. 135 Goldmünzen, komm schon, komm schon, jetzt muss ich doch eine gute, oh mein Gott, Lakaien. Oh mein Gott, einmal Lakaien. Sperrkobolde. Oh, jetzt wird's spannend, Koboldhütte. Und jetzt bitte, 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 eine gute Karte. Oh mein Gott, oh, jetzt wird's spannend. Oh, 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 Adrenalin pur und, 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 und. Und ich bekomme eine übrige Karte, ja, Frost, meine lieben Freunde, ja. Wobei, ich hatte eigentlich Frost, aber ich muss sagen, ich kann das jetzt verbessern und das freut mich auch, yes. Gut, ich hab's erhalten, nice. So, wie viele Juwelen haben wir noch am Start? Wir haben 34 Juwelen noch am Start. Ich würde mal sagen, wir öffnen noch hier so eine Silbertruhe. Ähm, los, los und los. Ja, gut, so, wir bekommen jetzt einmal 38 Goldmünzen, zweimal, ähm, was heißt zwei mal, drei mal Lakaienhorte und jetzt, jetzt, kommt's drauf an, da, 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 da. Feuergeister, ja, damit habe ich aber auch nicht gerechnet, naja, okay. Gut, gut, gut. So, wir haben jetzt 16 Juwelen, ähm, wir können leider diese Silbertur, also die zweite Silbertur nicht öffnen, denn wir haben, uns fehlen jetzt ungefähr mindestens noch, äh, zwei Juwelen. um überhaupt hier diese silber truhe auf zu eröffnen zu öffnen ja jetzt schon mal hier was wir hier haben wir haben natürlich sammler sammle 40 karten erreicht und wir fordern natürlich hier unsere 10 juwelen und wir haben jetzt 26 wir können natürlich hier diese letzte silber truhe öffnen für 18 juwelen meine freunde 18 juwelen schon eine große summe nicht so wir öffnen und das erste ist wieder mal 36 münzen beziehungsweise goldmünzen und das zweite ist zweimal feuergeist und natürlich das letzte knall ja ok damit habe ich auch nicht gerechnet aber naja ist ja doch okay nice aber wir haben natürlich zwei super nice karten bekommen und zwar einmal hier die legendäre karte was mich sehr 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 freut und zwar hier die der der eismagier und natürlich hier einmal spiegel die zwei karten hatten wir noch nicht und ich freue mich wirklich dass wir die jetzt bekommen haben so wir verbessern jetzt einmal ost nice das haben wir einmal geschafft und wir möchten jetzt natürlich auch hier eismagier gegen dort 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 lass mich kurz nachdenken gegen brachen baby eintauschen und natürlich spiegel gegen gegen was war das jetzt noch mal moment 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 das ging alles so schnell moment sag ich doch moment 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 ich bin noch nicht blind wo steckst du ich war der cobert was glaube ich war das ja genau wobei fast haben wir gegen spiegel getauscht jawohl so wir spenden einmal hier magier gut das war jetzt hier die trueneröffnung und ich würde mal sagen wenn euch das video jetzt hier ganz also wenn euch das ganze gedankt hier ein kampf starten mit meinem weg und aber das findet erst in einem anderen video statt und ja dann würde ich mal sagen haut rein